Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu FIFA 17 Ja Marvin, es ist deine Schuld, wenn ihr alle geblockt wird wegen dir So, wir stehen mal in die Musik, lass uns Ja, schau ist das Von Marvin Ich brauche jetzt das Sound-Effekt hier So Jetzt kann man das nicht mehr so gut hören und dann ist es überdeckt Ne? Jetzt das nächste Spiel findet ihn an Via Real Ja, Via Real, wie mache ich jetzt platt? Dabei ist beide ja Gesperrt, ey Ja, ja So ist das So ist das Nehme ich den jetzt da Ah, da komm Das war schön Die schöne Kann das nicht sein, ne? Hei Ne Ja, im Sommer auch, richtig Das ist richtig, wenn man Das ist beides Das ist beides Das ist beides Hatte Oder Habe ihr gesagt Hör mal, wie ich ihr in der Kopf kann Das ist eben Hör mal, wie ihr in der Kopf hat Das ist eben Hör mal, wie ihr in der Kopf hat Und dann eine Die Hey, du willst ein 63er tötet oder 83er auch noch nicht reinzutun, nein, nein. Das ist ja auch Testspiel für den Gästen, also. Ja. Ich aber nicht. Ja, jetzt wieder zum Spitz. Marvin, geht's noch? Geht's noch, Marvin? Muss ich doch auf die Nase hochziehen, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, Marvin. Du wirst doch so langsam aufwissen. Ne? So, wenige Stunden hier an sollen. Ja, das ist ein guter Spiel eigentlich so richtig oder so geht's so. Ja doch, kommen Sie nicht beklagen, würde ich mal sagen. Da bist du ja 83, da hast du ja noch einen Götter. Geh jetzt mit Anfang an drinnen? Ja. Du hast sogar noch geflügt, das ist der Götter. Da war, da hatte ich die nicht letzte Saison, da war der 76er. Die haben wir ja 76. Ja, den Dela, Dela. Ja, auf welche Nation? Ah, ne. In der Deltung. In der Spanien. Hm. Pizzo hat er drin. In der Deltung wieder. Pato. Kann ja nicht so gut kopf. Ja, das ist einfach nur Pato. Und der hat ein bisschen Ausdauerwerk, deswegen... Sieber... Das wäre ich. Nee. Und das ist ein Link. Genau nicht, ja. Ich trage Master. Beide mich ruhig jungle. Ich bringe meinen Loch. Gut. 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 Deber Duos? Weiter. 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 Von den Werten, das heißt aber auch so, das finde ich überhaupt gar nicht. Ich weiß, mir hat es schon aufgefallen. Dank doch mal, weil du musst nicht fassen, ich habe gesagt, weil ich kann es doch nicht machen, ne? Ja, war wohl nix, ich habe doch mal mehr Punkt als du, willst du ausreden? Was erwartest du von diesem Gruppenspiel, Bushi? Ja, die wollen natürlich beide weiter im Turnier bleiben, auch wenn es nur ein Vorbereitungsturnier ist, also entsprechend werden sie wahrscheinlich und hoffentlich auftreten. Die heutige Begegnung, Villarreal gegen Leicester City. Im Mittelfeld erhoffen sie sich von ihm frische Impulse, da schauen wir mal besonders drauf heute. Das Zeug hat er, Wolf. Drücken wir ihm die Daumen, dass das Debüt funktioniert. Ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze, na, da bin ich. So, da muss ich hinnehmen. Ich bin ja, angst dran. Ja, 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 ja. Du brauchst echt Hilfe, Hilfe, Hilfe. Halt die Klappe. Vor allem Hilfe auf An. Ja klar, auf An, allerdings füllen. Äh, der, da, da, ja, ja, bla, 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 okay. Nicht überfällig, ne, Wuxi? Ja, da hatten sie auf jeden Fall. Die, die helfen dir nur. Marvin, mit einem Stahlpastel, zum Beispiel. Aus. Klassische Verteilung. Ja, prima. Bedarf, er wird sich stärker, stabiler machen. Anandes. Ich soll ein bisschen leiser. Morgen. Jetzt wird's gefährlich. Da hab ich nicht richtig gelegen, zugegeben. So, das ist so ein bisschen zahle, klar, ja. Da trennt er ihn vom Ball. Gefährliche Flanke. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Bacambu. Savo Castillejo. Das könnte gefährlich werden. Optimale Bedingungen für eine Grätsche, bei dem rutschigen Geläuf. So, natürlich, kein Problem, er holt sich den Ball. Ja, das ist ja realistisch, Marvin. Den Ball holt er sich. Sehr guter Einsatz. So, ein mega warm draus, ne? Wird das seine Torchance? Da holt er den Ball zurück. Amate. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Super Flanke. Da steht er gut und holt sich den Ball. Slimani. Guter Körpereinsatz hier. Klasse Technik. Mario Gaspar. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Die Defensive steht. Jetzt muss sagt, Jo. Victor Ruiz. Ach, zu ungenau. Der Ball ist weg. Es gibt ein Wurf. Bruno. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Ja, ich schied's, ähm, äh, wer ist's? Ein Torwart? Ein Gretsch. Bin ja auch nicht. Ich weiß. Ja, ja, ja. Noch immer ist ja nicht ganz klar, wie der Bau des riesigen Estadio Santiago Bernabeu im Jahr 1904... Das könnte die Führung geben. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Das wird ein Eckball geben. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Ullor. Da passt der Torhüter auf. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ullor. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch machen. Drinkwater. Das ist noch gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Jetzt schießt er. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abgefangen. Gut gemacht. Gute Aktion. Gute Aktion. Gute Aktion. Asensio. Die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht. Puschi. Was soll man da groß sagen? Nicht die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Das könnte die Chance werden. Jetzt nimmt Bacambu. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel.